ein punch man ja ein paar missionen haben wir ja noch zwei stück um genau zu sein und hier haben wir auch noch zwei stück das passt natürlich perfekt oder aber noch jede menge andere zwischenkämpfe ich bin mal gespannt so complain if I break you I'll show you what triple strike war zu früh losgelassen wir stellen uns hier so schlecht gegen den an block doch einfach mal hoffentlich machen wir wenigstens dennoch abholen ja keine Nein. Oh, toll. Oh, okay. Mal schauen, ob der hier irgendwas besonders drauf hat. Nein, hat er nicht. Schade. Das hier wird richtig schwer. Die dritten Block, den finde ich irgendwie immer... Die dritten Block! 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 Ja, der hier ist echt nicht so besonders. Lass doch! Ich weiß gar nicht warum ich überhaupt blocken! ja die runde hier haben wir zu schnell aus der hand gegeben zu früh verloren werden auf jeden fall ein revanche machen weil es ist auf jeden fall potenzial da wir haben echt in der ersten runde zu viel gefressen geht schon wieder los geht schon wieder los ich weiß nicht warum der nicht blog hallo hallo da kriegt er wieder so ein block uns wieder hier unseren guten kämpfer von das über den ich will das item haben ohne scheiß drohne das gibt es doch nicht jetzt ohne scheiß wieder das gleiche hallo dann haben wir diesen versager helden wir versuchen es mal wieder es könnte ich mal one punch man der wir in dem kopf sehr gut nein wir müssen jetzt einfach mehr in die offensive gehen ich weiß nicht dass der nicht blocken und jetzt nicht auch irgendwie überspringen anders geht es nicht dann ist immerhin das kumpelmonster schon mal weg das ist schon mal viel weh er hat das ist schon mal viel weh er hat ohne scheiß ich verstehe gar nicht warum ich überhaupt noch kreis drückt ist mal kein ich verstehe es echt nicht ich drücke kreis was passiert nichts wir brauchen mehr verteidigung muss mehr da sein so ein dragonball anziehen ein man frei der kriegt auch noch voll drauf jetzt haben wir auf jeden fall die optimale ausgangslage die kampf zu gewinnen das ist in einem war so aber manche kämpfen müssen wir dem so dreckig gewinnen es geht nämlich an aus langsam freunde ich mich hier mit dem anzug an der anzug und dann erst die rüstung das gefällt mir langsam ist gut und jetzt sein was nicht genug ist ich ziehe ich lasse mich und es ist das ist das ist das ist das ist das ist das ist so eisenschild saumal geschichte und der grüne war eigentlich der schwächste von bald von ich bin auch noch so klein war ja so klar dass der 50 hergestellt bekommt das gibt es gar nicht das war ich wieder sowas von klar der kampf auf die distanz da haben wir es der ist auch mal geschnitten waren hartnäckiger wie einige andere muss man sagen so und dann schauen wir mal was jetzt noch für eine schöne nette neben bisschen gibt kommen auch immer weiter roboter monster deaktivieren schauen wir mal was es damit auf sich hat naja du bist wirklich gekommen vielen dank es gab vor kurzem eine mysteriöse explosion ich bin hergekommen um nachzuforschen aber da ist er ja goldi greift an metal mit metal biet wie auch immer heißt metal night so ich brauche ihn für forschungszwecke er gehört mir du verschwinde jetzt jeder sind ein vereinigungs auftrag die vereinigung der menschheit nutzt es mehr wenn ich ihn habe das versichere ich dir niemand wird meiner mission in die quere kommen ja an gibt es der ja der böse werden das habe ich mal so gehört eine roboter ente aber ich möchte doch gerne noch in haus probieren er hat mich eigentlich auch nur eine coole spezialattacke oder naja das ging schneller wie gedacht jeder kampf mal so schnell vorbei wäre ich habe alle teile gesammelt die ich benötige allerdings ein anfänger wie du zerstört zwangsläufig mehr kostbare technologie als er rettet ich störe meine forschung nie wieder verstanden hallo die schnitz halt doch die klappe leider scheint es als wäre dem nicht so sicher sich mir in den weg zu stellen wird tödliche konsequenzen haben naja ich selbst leben wir noch ein schneller kampf aber es dauert noch ein bisschen bis zur s klasse leider und da würde ich eigentlich sagen sind wir heute wieder fertig also das heißt heute also mit der folge und in der nächsten folge geht es weiter wie gesagt ich möchte hier eigentlich die die folgen ein bisschen kürzer halten muss das display ein bisschen strecken ein aber so eine halbe stunde kämpfe anzuschauen finde ich ist dann doch glaube ich ein bisschen langweilig jemand kommt ich daheim besuchen ja wir kennen wir also schon wir haben eine neue mission da schauen wir mal da wahrscheinlich hier wahrscheinlich können wir die freischalten aber das natürlich auch nicht machen also wir werden hier nicht alles mitholen so schwert und so können wir mal kaufen ja aber ich habe auch echt keine lust hier mich überall zu verkleiden und so ich hoffe das findet ihr dann okay könnt ihr auch selber spielen da würde ich sagen bis zum nächsten mal tschau tschau